Hallo Leute, hier ist wieder euer Mario Kirby und willkommen zurück zu einem neuen Part, Kaizo Mario Galaxy 2. Heute geht es weiter in Welt 4 und wir starten direkt mit der Honig-Hüpfer-Galaxie. Silbersterne im Honig-Bienendorf. 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 ich weiß nicht was tun soll ja doch ich glaube es geht okay nein das war nicht das war fast 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 gut ja noch schade der sitzt jetzt schon wieder zwölf minuten an diesem einen sprung hier das war so knapp hier ist nicht gelogen jetzt fall bloß nicht runter mario bitte muss man das machen was ich denke was man machen muss ja oh gott im himmel ich weiß gar nicht was er jetzt kommt okay da kommt so eine blume auf die standen muss das darf ich noch mal schön den sprung am anfang noch mal machen 9 fast ja hallo ich weiß nicht was ich getan habe aber ich habe es geschafft das war mir das klar dass er mich trifft wie habe ich das vorhin geschafft dass er mich nicht getroffen hat es wie soll das möglich sein ist doch mir ein trippel jump zu machen let's go oh mein gott checkpoint danke hör auf ich will nicht mit dir reden du hör auf genau hier gab es noch einen silberstern was war das gerade kann ich schon anspringen 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 an ihr machen du kannst nicht als doch kann ich also die zweite hälfte ab dem checkpoint ist halt witz die erste hälfte ist halt da wo hier die schwierigkeit von liegt oh nein ich weiß nicht ob ich das machen will so dann machen wir doch mal den kometen aus schüttelschieber würde ich mal sagen und sterben mal hier beeil dich schattel schattel genau schatten schüttelfanik und fakt ist der bietig schneller da da o gott dass das weg das wird schrecklich jetzt sage ich euch Das ist ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hallo was? Was ist da oben? Mario, was war das? Was? Nein, so knapp. Warum? 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 Du bist da oben? W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Oh my god! Yesss! Oh my god! Oh Gott, Puzzle Plank bekommt ein Komet. Auf geht's zu Welt 2, in die Ketten und Fabrik. Wir machen da mal den Komet. Schatten Marius in der Goldhund-Schmiede. Alles klar. Man startet am Anfang. Die Frage ist, wie viele Schatten Marius kommen. Okay, nicht ganz viele. Geh weg da. Die Schatten Marius kommt auch so mit so einem Kick da dran. Ja. Ja. Oh, die gehen da durch kaputt. Okay, letzter Planet jetzt schon. Als wenn das ein First Try wäre, wäre das natürlich super. Aber ich denke nicht. Ach du Gott, wie sieht denn der Kettenhund aus? Er ist ein bisschen blass geworden. Mein Lieber. Oh Gott, da kommen glaube ich ein bisschen viele von denen. Nein, 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 nein. Ich bin so dumm verkackt, weil Mario hat keinen Reichpunkt gemacht. Alles von neu. Geil. Ja, moin, alles klar. Jetzt mach bitte einen Triple Jump, Mario. Oder halt auch nicht. Dann mach einfach einen normalen Jump. Pass auch. Ich verfehle. Ich verfehle. Ich verfehle den Knopf. Ich muss einfach ganz normal springen. Yay. Ich hab's geschafft. Perfekt. Also außer ich bin jetzt doch irgendwie dumm und verkackt nochmal richtig, Alter. Denk nicht. Sehr schön. So, machen wir zum Abschluss der Folge nochmal den Tic-Tac-T-Kometen. Ist wahrscheinlich einfach rollen mit dem Ball in Double Time. Rolle zum noch schnelleren Beat. Okay. Er ist aber langsamer. Das war doch immer so. Das, 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 oder nicht? Entschlossen. Keine Ahnung. Lass mich da drauf jetzt. Okay. Also, das ist, ich, ich freue mich drauf jetzt. Hoffentlich Musik noch, oder? was war das hat die kamera hat gecheckt die kamera war komisch aber ich finde es gut dass ich mal wieder zeit meine lieblings galaxie verbringen was hat nein es hat sich nicht bewegt ich bin auf der scheiße auf dem scheiß deckel gelandet ja 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 Bis zum nächsten Mal.